Die vergoldete Bronzefigur der grünen Tara aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist ein wirklich imposantes und besonders schön gearbeitetes Objekt. Sie hat eine exzellente Provenienz, nämlich wurde sie um 1970 in der Henry-Karma-Galerie in New York ausgestellt, ist dokumentiert und stammt aus einer alten Sammlung sinotibetischer Bronzen, die am Ende der Qing-Dynastie um 1912 in Peking erworben wurde.